Hey, willkommen zurück hier am Donnerstag. Schön, dass du wieder da bist. Heute habe ich eine Leserfrage dabei und wir wollen so ein bisschen klären, wie man es schafft, beim Frauenansprechen erfolgreich zu sein oder was passieren könnte oder woran es liegen könnte, wenn du beim Frauenansprechen noch nicht so erfolgreich bist. Ich werde dir da die häufigsten Gründe nennen. Bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn da werde ich dir den häufigsten Grund nennen, aus dem die meisten Männer keinen Erfolg beim Frauenansprechen haben. Aber lass uns erstmal durchstarten und in die Leserfrage eintauchen. Also, der Matthias schreibt mir, hey Tim, also es geht darum, dass ich von den meisten Frauen höre, dass sie einen Freund haben, das mag auch öfter stimmen, aber eben nicht immer. Ich denke, ich bin authentisch genug, habe bis jetzt bestimmt über 300 Frauen angesprochen und nur zwei Nummern bekommen. Dazu sehe ich normal aus, kleide mich modisch und mache auch sonst alles so, wie überall beschrieben. Bei meinen Kumpels läuft es mit dem direkten Ansprechen sehr gut. Ich denke, ich wirke unauthentisch. Ich arbeite beruflich mit Menschen zusammen, auch mit vielen jungen Mädels, also unsympathisch kann ich nicht sein, aber irgendwie will es nicht klappen. Sehr gut, erstmal danke für die Frage. Ihr könnt mir auch gerne Fragen stellen. Einfach an Frauenansprechendtipps at gmail.com schicken. Ich verändere eure Namen auch. Die beantworte ich dann entweder im Podcast oder hier auf YouTube. Die E-Mail-Adresse ist auch noch mal unten in der Beschreibung. Also, Matthias, du schreibst, du hast schon sehr viele Frauen angesprochen, 300 und nur zwei Nummern bekommen. Das ist natürlich wirklich sehr, sehr wenig und auch sehr ungewöhnlich. Das heißt, irgendwas in deinem Ansprechprozess, hast du ja selbst schon gesagt, stimmt nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Vielleicht machst du es dir, und das ist meine Vermutung, so wie die meisten Männer, etwas zu schwer. Das Ganze ist relativ simpel. Du gehst auf die Frau zu und du sprichst sie einfach an und sagst ihr, dass sie dir gefällt, wenn du ein Anfänger bist oder gehst vielleicht ein bisschen situativ in die Sache rein, wenn du das schon kannst. Situativ in die Sache reingehen heißt einfach, dass du schaust, hey, was ist an dieser Frau gerade auffällig, worauf könnte ich sie ansprechen, vielleicht hat sie gerade eine auffällige Tasche dabei, eine besonders große Tasche oder was ich letztens hatte, die Frau trug eine Handtasche in einer Einkaufstasche. Also sie hatte gerade eine neue Handtasche gekauft und diese neue Handtasche war in einer Einkaufstasche. Und dann bin ich halt neben mir hergegangen und habe sie angeguckt und meinte, so ist das jetzt der neue Trend, so die Handtaschen in einer Einkaufstasche zu tragen? Dann mussten wir beide lachen und schon waren wir im Gespräch. Und dann geht es eigentlich nur darum, dass du dich mit den Frauen auf ganz normaler Basis, also ganz normal für 5, 10 Minuten unterhältst, lernen sie so ein bisschen kennen, findest ein bisschen raus, wer ist sie, was macht sie vielleicht, lacht ein bisschen zusammen, habt ein bisschen Spaß zusammen und dann sagst du ihr einfach, hey, war ich cool mit dir, lass uns doch gerne mal morgen Abend oder wann auch immer einen Cocktail trinken gehen, zum Beispiel. Oder uns ans Wasser setzen mit etwas zu trinken. Und wenn sie dann nicht kann, dann tauscht du halt mit dir die Nummern und schreibst dir und triffst sie dann auf ein Treffen wieder. Also es ist sehr ungewöhnlich, dass du bei 300 Nummern, also bei 300 Frauen, die du angesprochen hast, wenn es wirklich 300 waren, musst du mal gucken, also vielleicht hast du grob geschätzt, vielleicht hast du wirklich gezählt, wenn es 300 waren und du hast zwei Nummern bekommen, dann hast du vielleicht nicht oft genug gleich eine Nummer gefragt, ja, oder warst auch nicht mutig genug, dich frei auszudrücken. Das hast du ja auch geschrieben. Du hast das Gefühl, du bist nicht authentisch genug. Und das kann es natürlich auch sein. Ja, wenn die Frau merkt, du bist vollkommen verschlossen oder spielst irgendwas vor oder da ist irgendwie so eine Barriere bei dir, dann kann das natürlich auch dafür sorgen, dass das abtörnend wirkt. Das ist sehr schwer, deine Situation von hier aus zu beurteilen. Aber die häufigsten Gründe, die dafür sorgen, dass Männer jetzt keinen so großen Erfolg beim Ansprechen haben, ist eigentlich, dass sie nicht oft genug Frauen ansprechen oder einfach nicht den nächsten Schritt gehen mit diesen Frauen. Also zur Nummer kommst du ja zum Beispiel auch nicht, wenn du nicht fragst oder wenn du nicht in diese Richtung auch pusht. Das musst du schon machen, ja. Aber du hast vollkommen recht, du hast mir das ja auch bereits in einer vorherigen E-Mail geschrieben. Es ist natürlich schlecht, wenn man das Gleiche sagt, wenn man so mechanisch sagt, hey, du gefällst mir. Deswegen ist es auch wichtig, dass du dich vielleicht in Zukunft darauf fokussierst, wirklich die Frauen anzusprechen, wo du merkst, hey, die gefällt mir richtig gut. Du hast ja schon 300 Frauen angesprochen, du bist ja jetzt kein Anfänger mehr. Einfach die Frauen, die dir richtig gut gefallen ansprechen. Und dann kannst du ja auch spontan was sagen. Dann brauchst du ja auch nicht dieses routinemäßige, hey, du gefällst mir sagen, weil eine Frau, die dir richtig gut gefällt, da ist dir irgendwas aufgefallen. Irgendwas an ihr ist dir aufgefallen, was dir richtig gut gefallen hat. Und dann geht es einfach nur noch darum, diese Sache anzusprechen und sie auf diese Sache anzusprechen. Und dann führst du einfach ein normales Gespräch durch und tauscht halt die Nummern. Es ist wirklich schwer zu analysieren, was da an dieser Stelle schieflaufen könnte, weil es viele, viele Gründe gibt. Was ich dir empfehlen könnte, wäre, dass du vielleicht dich ein bisschen darauf konzentrierst, Frauen auch in anderen Situationen kennenzulernen. Das ist allgemein für die Männer da draußen. Wenn ihr merkt, ich habe schon viele Frauen auf der Straße angesprochen, das funktioniert einfach gar nicht, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du in einem normalen sozialen Umfeld auch nicht normal sein kannst. Du bist irgendwie komisch. Du schreibst zwar hier, ich arbeite beruflich mit Menschen zusammen, auch mit vielen jungen Mädels, also unsympathisch kann ich nicht sein. Ich weiß nicht, wie fern diese Einschätzung stimmt, weil irgendwo muss ja der Knackpunkt liegen. Deswegen, was ich dir empfehlen würde ist, guck mal, was sind so deine Hobbys, was sind so deine Interessen und dann schau mal, wo in meiner Stadt könnte ich denn Dinge wahrnehmen, die so in diese Richtung gehen. Vielleicht gibt es mal eine Veranstaltung für Schachspieler oder eine Veranstaltung für oder eine Party, auf der sich Leute treffen, die interessiert sind an Unternehmensgründung oder was auch immer es ist. Also was sind deine Interessen und wo könntest du Leute treffen, die die gleichen Interessen haben wie du. Und dass du dann einfach mal versuchst, über diesen Weg mit Frauen in dich zu kommen und Frauen kennenzulernen, die die gleichen Interessen haben wie du, weil dann hast du eine Gesprächsgrundlage und dann ist es halt sehr unwahrscheinlich, dass kein normales Gespräch zustande kommt. Nebenbei kannst du gerne weitermachen mit dem fremde Frauen ansprechen. Es ist nur wirklich komisch, weil 300 fremde Frauen ansprechen, zwei Nummern bekommen, das ist einfach super, super wenig. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das hinbekommt, außer man fragt niemals nach der Nummer oder man hat nur so zwei Sekundengespräche. Aber selbst nach 300 Frauen, irgendwann sind Frauen dabei, wo es eigentlich passt. Du schreibst zusätzlich, du kleidest dich auch noch gut und siehst normal aus. Ja, das spricht nochmal zusätzlich dafür, dass es absolut ungewöhnlich ist, bei 300 Frauen nur zwei Nummern zu bekommen, außer du fragst nicht nach den Nummern. Und deswegen ist meine Empfehlung an dich, begib dich erstmal in normale soziale Situationen, auch mit fremden Menschen, wie zum Beispiel Gruppen, die deinen Interessen nachgehen und lerne da Frauen kennen, lerne da fremde Leute kennen und lerne vielleicht mal wirklich so einen komplett normalen Umgang mit diesen Leuten und auch einen komplett normalen Umgang mit Frauen, die dir gefallen und lerne da vielleicht erstmal so ein bisschen mit Frauen zu sprechen für eine längere Zeit, weil irgendwo hier scheint dieser Fehler zu sein. Sonst kann das nicht passieren, sonst kann es nicht sein, dass du 300 Frauen ansprichst und du zwei Nummern bekommst. Das ist einfach nicht möglich sonst. Irgendwo in deiner Kommunikation muss irgendein großer Fehler sein oder irgendwas muss da vollkommen falsch sein. Es kann sein, dass du einfach unauthentisch bist. Dann musst du mal wirklich gucken, an welcher Stelle du denkst, dass du unauthentisch bist. Das hast du ja an der Stelle nicht geschrieben. Ich denke, wenn du vermutest, du bist unauthentisch, hast du wahrscheinlich schon ein Gefühl dafür, wo es sein könnte. Und natürlich auch an alle Männer da draußen, wenn man auf eine Frau zugeht und man ist komplett ängstlich oder versucht, irgendeine Front vorzuspielen, versucht, cooler zu sein, als man ist oder versucht, besonders uninteressiert zu wirken, damit sie interessiert ist oder irgend so ein Quatsch, dann sorgt das natürlich dafür, dass die Frau sich denkt, okay, was ist das für ein Typ und wieso hat der es nötig, so komische Spielchen zu spielen. Wie unsicher ist der eigentlich? Und das ist natürlich nicht besonders anziehend und sorgt dann dafür, dass die Frau keinen Bock hat, mit den Nummern zu tauschen oder dich wiederzusehen. Du sagst, du hörst doch oft, dass sie einen Freund hat. Gut, das ist einfach ein Zeichen dafür, dass die Frau nicht so viel Interesse hat. Und meine Vermutung, so klingt es hier, ist einfach, dass du noch sehr, sehr unsicher bist im Moment mit Frauen, noch sehr, sehr unsicher bist, wenn du auf fremde Frauen zugehst. Und dadurch, dass du sofort im Gespräch unsicher bist, die Frauen einfach sehr schnell verschreckst auch. Und deswegen ganz selten an diesen Punkt kommst, wo man Nummer tauschen könnte. Und deswegen hast du nur zwei Nummern. Das ist gerade für Anfänger, lasst euch nicht verunsichern. Wenn ihr am Anfang noch nicht so ganz sicher seid im Gespräch mit Frauen, ist das vollkommen okay. Das ist am Anfang immer so. So geht es jedem Anfänger, so ging es mir. Und so geht es auch mir, wenn ich nach einer Zeit wieder einsteige. Wenn ich für ein paar Monate jetzt keine Frau angesprochen habe, weil ich sehr viele Frauen in der Rotation hatte oder Frauen getroffen habe, die einfach mich zufriedengestellt haben. Und dann gehe ich nach einer Zeit wieder raus und spreche Frauen an, bin ich auch die erste Mal wieder so ein bisschen unsicher. Das ist aber vollkommen okay. Das geht ja auch wieder weg. Und diese Unsicherheit sorgt aber dafür, das musst du dir so vorstellen. Angenommen, du wirst auf der Straße angesprochen und du bist es selbst vielleicht nicht gerade gewohnt, ständig angesprochen zu werden. Das ist bei vielen Frauen so. Und dann merkst du aber, dieser Typ, der dich offensichtlich angesprochen hat, weil du ihm gefällst, ist überhaupt nicht sicher genug, Verantwortung für diese Situation zu übernehmen. Dann wird die Frau lieber die Situation verlassen, anstatt in dieser unangenehmen Situation zu bleiben. Du machst die Situation für die Frau unangenehm, indem du selbst in der Situation nicht cool bist und nicht entspannt bist. Und wenn die Frau merkt, der Mann ist nicht in der Lage, hier entspannt zu sein und in dieser Situation cool zu bleiben, dann verlässt sie meistens die Situation, weil sie sich nicht in diesem unangenehmen, sie will diese unangenehmen Emotionen nicht spüren. Wenn du es aber hinkriegen kannst, sehr entspannt in das Gespräch reinzugehen, locker und lustig zu sein und so sehr viel Druck auch rauszunehmen aus der ganzen Situation, dann kann die Frau da bleiben, weil sie merkt, hey, das ist eine coole Stimmung hier, mit dem Typ kann man Spaß haben. Und das lernst du einfach sehr, sehr gut, wenn du dich in vielen sozialen Situationen mit Menschen beschäftigst, wenn du Interessensgruppen suchst in deiner City, die die gleichen Interessen haben wie du, wo du fremde Leute kennenlernen kannst, Männer sowie Frauen, und dass du dann da einfach mal lernst, ganz normal auf fremde Leute auch zuzugehen und machst du jetzt sicher weiter mit dem Ansprechen von Frauen auf der Straße. Und jetzt habe ich dir noch versprochen, dir als Zuschauer und auch dir, Matthias, dass ich dir das größte Problem nenne, den größten Fehler, die Männer machen und warum sie halt schlecht beim Frauen ansprechen sind. Und tatsächlich ist der allergrößte Fehler und das allergrößte Problem, was anscheinend nicht dich betrifft, Matthias, dass die meisten Männer zu wenig Frauen ansprechen. Ja, da gehören, das sind 90% der Männer, 90% der Männer sprechen so in der Woche mal eine Frau an und dann funktioniert es nicht und dann wundern sie sich, warum es mit den Frauen nicht so richtig zu funktionieren scheint. Sei dir bewusst, dass wenn du wirklich eine große Anzahl von tollen Frauen in deinem Leben haben willst, wenn du eine Frau finden möchtest, die gut zu dir passt, dass du dann auch viele Frauen ansprechen musst. Das ist einfach so, weil viele Frauen werden dich nicht interessant finden, du wirst viele Frauen nicht interessant finden und aus diesen Frauen musst du die rausfinden, die du interessant findest und die auch dich interessant finden. Und das benötigt einfach von dir, dass du viele Frauen ansprichst und auch nicht davor zurückschreckst, viele Frauen anzusprechen, weil sonst wird es nichts. Wenn du keinen Erfolg hast im Frauenansprechen, dann ist es zu 99% so, dass du einfach viel zu selten Frauen ansprichst und deswegen viel zu unlocker bist, viel zu unentspannt oder einfach nicht genug Frauen ansprichst, um die kennenzulernen, die passen. Wenn ich rausgehen würde und jede Woche eine Frau ansprechen würde, dann würde es mir auch schwer, veranständlich Dates zu haben, weil ich einfach nur eine Frau anspreche. Das ist zu wenig. Und egal wie gut du bist, das ist immer noch zu wenig, denn es werden immer Frauen dabei sein, wo es nicht passt. Wenn ich mal rausgehe und ich filme ein paar Live-Flirts und ich spreche hier sagen wir mal zehn Frauen an, dann ist meistens so ein bis zwei, ein bis zwei Frauen sind dabei, mit denen ich mich echt gut verstehe, mit denen ich Nummern tausche und mit denen ich gut connecte. Ja, dazu muss man sagen, ich tausche die Nummer nur mit Frauen, wo ich wirklich merke, ich habe Bock, die wiederzusehen, ich habe Lust, da Zeit rein zu investieren. Ich könnte sicherlich mit noch zwei, drei anderen die Nummern tauschen, möchte ich aber gar nicht, weil sie mir nicht genug gefallen. Aber so ein, zwei treffe ich, wo ich denke, geil, das ist diesen cool so. Ja, das bin ich nach drei, vier, fünf Jahren Erfahrung. So. Du musst natürlich ein paar mehr Frauen ansprechen. Ja. Es reicht aber, wenn du in der Woche, sagen wir mal, mit, keine Ahnung, sagen wir 20 fremden Frauen in Kontakt kommst. Sagen wir, du kommst jede Woche mit 20, 10, 15, 20 fremden Frauen in Kontakt. Dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass du regelmäßig Dates hast, schon viel, viel besser. Und mit, je mehr Frauen in Kontakt kommst, desto besser natürlich. Je mehr, desto besser. Und deswegen noch mal kurz mein Tipp an dich, Matthias. Einfach in Gruppen gehen, wo gleiche Interessen vertreten werden, wie die, die du hast. Da lernen, normal Leute kennenzulernen. Und damit du einfach entspannt werden kannst, weil anscheinend scheint am Anfang deines Ansprechprozesses irgendwas schief zu laufen. Und deswegen kommst du zu selten bis zur Nummer. Und wahrscheinlich bist du einfach viel zu unentspannt, viel zu unlocker. Und das würde auch mit dem passen, was du gesagt hast, nämlich, dass du dich sehr unauthentisch fühlst und dass du ständig zu hören bekommst, ich habe einen Freund. Was du auch machen kannst, ist, du kannst doch gerne im Gespräch mal ausdrücken, dass du unsicher bist. Wenn du unsicher bist, musst du es nicht überspielen und unauthentisch sein. Du kannst doch gerne mal ausdrücken, dass du gerade nervös bist. So, hey, ich bin gerade mega nervös, aber du gefällst mir. Oder hey, ich bin gerade mega nervös, aber trotzdem wollte ich rüberkommen. Drück das einfach mal im Gespräch aus. Und dann wirst du auch erfolgreich werden.